Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es gibt kaum Phasen der Ruhe Ich finde Kleist absolut atemberaubend, was seine Sprache und seine Figurenführung angeht Der Einzige, der das auch noch keines Shakespeare Die Verse von Kleist konnte damals von allen Schauspielern vielleicht einer sprechen Er hat sich sein ganzes Leben lang nach Liebe und allernächster Nähe gesehen Ich schreibe nur wahre Geschichten Oh Da komme ich ja doch dran vor Obwohl es ihr als verheiratete Frau nicht anstand Begab sich die anmutige Berliner Salondame Henriette Vogel Mit einem verarmten Dichter in den tiefen Wald zwischen Potsdam und Berlin 21. November 1811 Direkt am kleinen Wannsee liegen ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau Auf einem mit Bäumen bewachsenen Hügel Alle Zeugen sagen übereinstimmend aus, dass das Paar noch kurz zuvor heiter und vergnügt war Gesehen hat die Tat niemand Der Untertitelung des ZDF für funk, 2017